Scheiße, die fotografiert hier nicht. Ich möchte vielleicht den Mut ändern hier. Gucken. Hm? Nee. Nee, geht nicht. Nee. Das fotografiert hier nicht. Aber der Frank, guck mal, der macht Video an. Und dann können sie nach hier runterladen. Der Roche. Das ist eine Woche. Guck mal. Die Fliegen läuft recht durch Wasser. Rochen. Guck mal, das ist ein Hal. Ich weiß, da liegt ja die ganze Zeit. Ich stelle mir vor, jetzt bricht die Scheibe hier und dann kommt das Ganze. Ein Kugelfisch. Willst du mit dir zum Aufgebläht kriegen? Wie fließt du nicht Aufgebläht? Guck mal, sieh nicht, lass doch die Scheibe hier hin. Tja, ist so dick die Scheibe da. Papa! Ja, mach, oder? Nein. Papa! 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 Mama! Papa! Ich brauche ihn! Ich brauche ihn! Ich brauche ihn!